Entschuldigung, dass du jetzt wieder so dastehst. Hihihi. Korb. Ähm. Genau, und jetzt zu Ningal. Ich sollte, wenn ich schon durch die Ruinen ziehe, sollte ich wirklich Anga mitnehmen. Da ist Gonzales. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Alter. Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. M-m. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zur Zeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird. Und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich gelten machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Durchaus. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Dankeschön. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Ernstdiebstahl steht. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morassul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Naja, habe ich ja im Prinzip jetzt. Ich habe Ningal überzeugt. Sigmor haben wir ja überzeugt. Dank Sancho. Den Nephalem. Den Nephalem haben wir auch schon überzeugt. Ja, den Nephalem. Oh man. Tiska hatten wir auch schon. Du solltest mich besser nicht stören. Ja, ich wüsste, wie ich jetzt noch Ruf für die Assassinen noch reinkriege. Und zwar wir töten ein paar Wassermagier. So, als es mir jetzt auch tut. Um die alten Kameraden. Oh nein. Ich muss noch ein bisschen mehr zu Gold kommen für die Rüstung. Es muss einfach sein, Leute. Und wir haben auch schon Level 51 erreicht. Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt in Stärke zu gehen, nochmal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Weitere so. Gut so. Ich probiere es mal. Also ich probiere jetzt mal. Vielleicht kriege ich ja so die Rüstung. Also wie ich dich krampfhaft jetzt haben möchte, ne? Schlimm, ne? So, pass mal auf. Zeig mir deine Ware. Nein, ich hab, warte mal. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich müsste ja eventuell noch, ähm, Waldläufer noch auslöschen. Die haben immer so wertvolle Bögen dabei. Waldläufer-Bögen, die ich für 5550 verkaufen kann. Wie wär's, wenn ich mich dem mal annehme? Ne, was ich aber erst mache ist nochmal nach Praga gehen. In der Nähe war ja Riordian. Den könnten wir ja zuerst mal umklatschen. Und was auch von... In Lago halten sie ja Vatras gefangen. Mal sehen, ob die mich da reinlassen. Tut mir leid, mein Freund. Nein, ich nimm sie nicht weg. Ruf bei den Assassinen plus 3. So, und gleich. Wenn ich... Und so haben wir gleich auch... den nötigen Ruf zusammen. Noch ein Wassermagier und ich bin so gut wie ein Echthaar drin. So, pass auf. Herr Fluch. Was willst du? Gib mir den Schlüssel. Ich muss Vatras töten. Was? Verpiss dich. Du musst hier gar nichts. Oh doch. Ich habe einen Auftrag von González. Jetzt pass mal auf. Das ist mein Gefangener und nicht der von González, Julio, Sancho oder sonst wer. Wenn die unbedingt einen Wassermagier töten wollen, sollen sie sich selber einen fangen. González wird darüber nicht besonders erfreut sein. Na gut. Und wenn du mir weiter damit auf den Sack gehst, wäre ich bald nicht sehr erfreut sein. Verstehe. Ich... Ach, hier. Vatras. Na doch. Mama. Der Typ ist... Hm. Wenn ich ihn... Entschuldigung, wenn ich das gerade überspringe... Entschuldigung, wenn ich die Sachen übersprungen habe jetzt, aber... Ja, wie mache ich das jetzt? Der Fluch. Was willst du? Weißt du? Was? Warte mal, das muss ich anders machen. Ich muss den mal zu mir rauslocken. Ich hin. Ich logge den mal aus dem Lager raus. Weil, ich habe das nämlich immer so erlebt, wenn ich Fabio umgeschlagen habe, der war direkt tot. Und dann hatte ich natürlich die anderen am Hals. So, wir sind ja weit genug weg. Der ist direkt tot. Und jetzt habe ich wahrscheinlich... Habe ich das jetzt echt? Das ist nicht wahr, oder? Die haben das tatsächlich mitgekriegt. Wie das denn? Betrug. Das ist doch Betrug. Das können die unmöglich gesehen haben. Ja, und wie kriege ich jetzt einen Schlüssel? Jetzt muss ich mich echt so weit hinskillen, dass ich hier... Warte. Muss ich das echt skillen jetzt, oder was? Ansonsten, pass auf. Ich will jetzt nicht hier deswegen Lago jetzt ausschlachten. Ne? Ich habe noch eine andere Lösung parat. Und zwar... Gehen wir nach Al-Shedim. Ach nein! Hier ist ja auch noch ein Wassermagier irgendwo in der Nähe. Hier, warte mal. Woher weiß ich das? Ja gut, ich kenne das ja, aber ihr nicht. Ich will ja nichts spoilern. Das ist das Problem. Aber passt auf, Leute. Passt auf, wie wir das jetzt machen. Dingens sagte ja hier, Anctos. Der sagte doch... Das Versteck seiner Sippe ist eine Höhle. Am westlichen Ende der Ruinenfelder. Das muss an einer Bergkette sein. Nämlich da hinten. Die Bergkette. Das würde... Boah, Kamera. Mach keinen Scheiß. Also ich kann mich noch erinnern. Der Phil, der hatte stundenlang gesucht gehabt. Zumindest die Nomadenhöhle. So, da drüben ist die Höhle. Und die hat er ja stundenlang gesucht gehabt. Nee, nicht stundenlang, aber hat er schon einige Zeit gebraucht. Na gut, dann will ich mal. So, schwer bewaffnet. Na toll. Wollt ihr mir ernsthaft erzählen? Ich hab den nicht erwischt. Alter. Das gibt's nicht. Hat ja super geklappt. Ja klar. Meine Pfeile können nicht so weit fliegen. Die Betrüger. Alter, wieso können die immer alles besser als ich? Das gibt's doch gar nicht. So. Wenn ihr meint, ihr schafft das? Na gut, hättet ihr fast. Alter, ihr verwichsten Betrüger. Echt? Wieso können die das so gut? Und jetzt renne ich wieder. Weißt du? Ist doch blöd. Ist doch einfach nur saublöd. Ich werde nicht wirklich robuster, weil ich ne bessere Rüstung habe. Also, man wird hier echt nur marginal besser. Da merke ich echt kaum was von. Na gut. Krieg ich dich doch noch. Wenn du meinst. Und du bist natürlich als nächstes dran. Als nächstes. Hat es doch geschafft, seinen Stab zu zücken. So. Das war's. Magier. Stab. Und ich kann die Stäbe nicht... Äh, die St...